Hallo! Hallo! Wir sind wieder da und jetzt geht Runde 2 los. Das ist das zweite Sitting. Ja, und wir machen Welt weiter in Avalonia. Die vierte Welt ist das? Klar, das ist die vierte Welt. Ja, die vierte. Großartigkeit ist grenzenlos. Ja, dann gib ihm mal das Intro hier jetzt. Das ist echt ne coole Welt. Glaube ich. Oder? Nein? Doch. Du hast keine Erinnerung mehr. Du warst betrunken. Nein! Okay, das ist Rufmord. Ich bin Avalon Zentrifuge für dich. Ich bin Avalon Zentrifuge für dich. Ich bin Avalon Zentrifuge für dich. Hey, Schätzchen. Willkommen in der triumphalen Manifestation meiner Transzendenz. Ein bisschen eingebaut. Ein wenig. Das reicht. Zeit fürs Geschäft. Ass. Ass. Die Zeit ist reif für dich. Du musst die Maschinen kennenlernen. Du wirst ein Pilot werden. Ich werde uns zum Sieg führen. Und du wirst meine Nummer zwei. Hör mal, Avalon. Ich bin der Anführer der Allianz. Das hatten wir ausgemacht. Das Negativitron greift jeden Moment an. Nichts ist wichtiger als die Verteidigung Avalonias. Und der Kunstwelt. Und der Kunstwelt. Und der Kunstwelt. Wir müssen bereit sein. Clive. Ja, Mr. Wissenschaft. Hol mir einen Orangen Mocchaccino. Denn ich habe nachzudenken. Oh. Mr. Debrie. Genau der Richtige für den Job. Orangen Mocchaccino. So. Können wir da was ranpacken? Sieht nicht so aus. Mhm. Wir sind zu schlecht, ey. Wir sind richtig schlecht. Neue Kostüme. So. Gönnst du dir ein neues Kostüm? Ja, muss ich ja. Neue Welt und so, ne? Ich glaube, ich nehme Astro. Avalonia? Astro? Astro, Avalonia. Bin ich tot? Wo bin ich? Ich nehme ein neues Kleid. Ohne Scheiß. Was ist los? So, ey. Da musste man rein. Ja, natürlich. Ich habe mich jetzt auch neu eingekleidet, weil wir ja hier in Avalonien sind. Avalonia? Wie heißt das hier? Avalonia. Okay. Wo ist mein Hase? Das ist jetzt erstmal meiner. Ja, da kommt noch einer. Achso, man kann nicht mit denen laufen, okay? Du musst nach rechts drücken und dann mit X springst du. Verdammt, wo springen, ey? Das stimmt. Die sehen ziemlich lustig aus, diese Hasen. Guck mal die Körper von denen an, ey. Wo ist der Bauch? Die brauchen keinen Bauch. Warte, haben wir alles hier bei uns? Oh shit. Du hast Leben mit dem Hasen. Ja. Und ich habe gleich keine mehr übrig. Nee, ich auch nicht. Da oben müssen wir hin. Hört immer nicht auf. Okay, nochmal. Ich habe dich umgebracht. Ja? Ja, das ist ein Ergenbach, glaube ich. Aber wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Warte, Slamangriff stand da gerade. Ah, wenn man springt und dann R1 gedrückt halten. Geil. Oh shit. Können wir aufeinander raufhüpfen? Ja, guck mal. Können wir das nicht dann so machen? Das ist sonst alleine. Ja, da kommt man ja nicht hoch, oder was? Oh, ich bin da, ich bin da. Ah, so geht das. Scheiße. Ich habe alles im Griff. Oh oh. Okay, wir haben es geschafft. Neue Leben. Kommst du? Ja. Cool. Hast du den Sticker da oben gekriegt? Nein, habe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Doch. Du hast ihn. Okay, weiter. Ich kann ja auch hochbekommen. Alter. Ich komme hier nicht mehr raus, ey. Soll ich auf dich warten? Das wäre echt cool. Oh shit. Ich sehe vor allen Dingen gar nichts. Okay, ich warte hier auf dich. Au. Verruhenden Leben. Wie sammeln wir das ein? Okay. Ich habe kein Leben verloren. Ich wollte nur sagen. Ich bin der Beste, ey. Ja. Oh… Oh no… Das ist Banat. Ich ist wirklich schlecht. Ich sterbe denn. Oh, das war lässig, ey. Das ist ein Sticker. Ja. Und dann muss du, ich habe nun weniger Leben. Ich komme da nicht ran. Du schlaut. Oh, der Schmerz! Ja, du kannst das. Ganz easy! Erstmal einsammeln und dann alles zerschießen. Ey, ich zerschieß mich nicht! BAM! Oh, das waren deine Punkte, ey. Ja, toll, ey. Warte, warte, nicht töten. Kommt raus, nutzt dich einfach. Ja, wir jumpen aufeinander. Töte, einfach töte ihn. Warte, ich hab ihn. Oh, die sind elektrisiert, glaube ich. Au, 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 au! Warte, ich muss mich hierhin, ich muss mich hierhin. Okay, wir haben ja hier gleich einen Heilpot. Nicht töten! Achso, doch, wir können ja schummeln. Nice! Noch einen, fang mich! Jawoll! Noch einen, fang mich! Richtig gut, ich lad mich auf. Da hinten können wir eh aufladen, oder? Ja, mehr oder weniger bei. Roboterkaninchen sind tödlich. Was machst du da? Was machst du da nicht? Guck mal, wie geil! Guck mal, wie geil! Sieht immer rein, wie geil! Ja, guck mal, was die können, ey. Was bringt das? Die können heulen. Also, jetzt können wir das verschieben. Easy going! Boom! Der Mid-Level ist elektrisiert, wa? Ja, ja. Da oben ist was. Ja, genau, du springst und ich heg dich hoch. Jawoll! Einfach geschummelt! Wie geht das denn eigentlich? Oh, shit! Ich springe! Au! Au! Du darfst nicht auf die! Hier werden sich ihre Plattform gebeten! Gar keine Zeit! Oh, shit! Au! Stirb! Ja! Oh Gott! Nein! Der Schmerz! Au! Ich muss sie durchreffen! Okay! Bist du tot? Nee, du warst nicht auf mich, ey! Du bist ein Arschloch! Ich konnte da nicht mehr! Nein! Nein! Da gab es auch nichts mehr! Was mache ich jetzt hier? Der oben links! Ah! Panik! Achso, hier! So! So! Ich bin fast tot! Das weißt du, ne? Ist mir scheißegal! Ist dir scheißegal, ey! Das war so schwer, meh! Da kennst du nicht! Man soll aber nicht auf mich gewartet! Ich konnte... Oh, hoch, hoch! Ich konnte nicht warten! Ich will meine Leben aufladen und du läufst einfach weg! Ja, es ging aber auch nicht! Nee! 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 Ich wäre sonst gestorben! Hey, 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 hey! Mach mal nicht so schnell! Geh weg! Okay, vorsichtig! Vorsichtig, egal! Man kann aber ganz schön hoch springen! Du musst nur mal X gedrückt halten! Man kann zweimal springen! Achso! Eben konnte ich zweimal! Das! Okay, egal! Oh! Was will man hier? Naja, die Kugel da oben antreiben! Jetzt! Bam! Die rollt da runter und dann passieren Dinge! Genau! Spring auf den Kopf! Oh, hab ich dich getötet? Achso! Jetzt kommen die Bienen bestimmt! Die Wölfe waren cool! Oder Hunde, oder was das ist! Die waren besser als die Hasen! Ja, die Hasen sind langweil! Was ist das? Das ist eine Katze, oder? Hamstertron heißt das! Ja, das ist... Achso, mit R1? Mit R1 schießt du so nach rechts! Okay, los geht's! Bam, bam, bam! Das ist voll geil! Ja man, das macht richtig Spaß! Achso, man muss gar nicht gedrückt halten! Warum kriegst du die Punkte? Na ja, wäre ich besser denn da! Versterben! Er muss pass! Warte! Warte! Warte, lass mich mal die Wand einreißen, ne? Die nächste, die jetzt kommt! Ja, ok! Deine Punkte! Warum? Versteh ich nicht! Jun, du wartest ja nicht auf dich! Ich warte auf dich! Wieso hab ich eine Schlüssel nicht bekommen! Ich bin da durch! Nee, natürlich bin ich da durch! Nee, natürlich bin ich da durch! Bam! Das waren meine Punkte! Du kannst ja... Du kannst ja... Du kannst ja... ...unendlich hochfliegen! Das ist ja saugeil, ey! Hamster Shoot Go! Das waren wieder deine Punkte! Ja, ok! Deine Punkte! Meine! Ja, das ist ein bisschen verbuggt, dieses Scheißspiel! Wir haben alles! Ja, wir sind auch saugut, ey! Kommst du? Achso, hier hinten! Du hängst unter Avalon! Schleimst dich ein bisschen bei deinem ein, ne? Ich merk das schon, ey! Du willst nämlich seine Nummer 2 sein! Und dann bin ich nur die Nummer 3! Na komm! Winner! Fuuu... 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 Fusion! Weiter geht's! Lose Enten werden verknüpft! Was war der Schlüssel? Hühlerei! Los! Gib ihm! Go! Das ist glaube ich mit dem Hamsterrad! Wenn ja, dann ist es... Ja, ist das gut? Ja, das ist ja voll geil, die Dinger! Die sind wirklich ziemlich spartig! Ja, Mann! Hamsterrad! Was müssen wir machen? Mh... 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 Voll die Waffenfabrik ist das hier, Avalon. Avalon, ja, das ist schon krass. Er ist ja auch der Herr der Wissenschaft, hat dieses komische Notizbuch gesagt. Ich schieß dich jetzt auf. Das geht gar nicht. Schneller, Mann mach her! Das kam mir hier ziemlich gut. Was? Guck mal, wie die Beine sich bewegen, Mann. Das sieht echt nicht gesund aus. Oh, minus 10, wenn man Avalon nachfällt. Echt? Ja, ich hab das gerade gemacht. Er hat gerade gesagt, deine kümmerliche Trainingsmunition kann mich nicht verletzen. Okay, jetzt ist hier die Action. Die Übung ist ja vorbei. Schieß alles ab, was sich bewegt. Wenn es blutet, können wir es töten. Was passiert? Schieß darauf, da kommt ja noch raus. Bam, 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 bam! Er hat sich den Weg aufgemacht, schieß den Weg ab. Okay, ich sammle Preise ein, du schießt alles ab, was Gegner ist. Okay, egal. Ja. Ich schieß auf alles, was du. Ja. Das heißt, ich glaube. Dann schieß ich auf die Stationären. Oh Gott. Das ist ja quasi dasselbe. Aber wir machen nebenbei noch die Schussübungen. Die sind wichtig. Ich glaube ein bisschen... Du bist überall schneller, Alter. Bin ich überall schneller als du? Ist ja verrückt, ey. Es macht keinen Spaß mit dir zu schnell. Dein Schild wurde wieder aufgeladen. Haben wir alles verloren? Wir haben kein Leben verloren, ey. Das ist so cool, ey. Und das alles kannst du... Junge, wie viel Preise, ey. Holy shit. Das waren echt ganz schön viele. Und das alles kann man selber programmieren hier in dem Spiel. Das Game hat ja... Wir haben es ja gar nicht erwähnt. Das Game hat ja einen richtig geilen Editor. Mit dem man alles, was dir gerade passiert, auch selber programmieren kann. Ohne programmieren können zu müssen. Deswegen brauchen wir auch immer so viele Updates, glaube ich. Ja, klar. Ich habe gehört, dass du bei LittleBigPlanet 3 schon bald irgendwie so... Hast du das nicht gesagt? Ja. Das finde ich ein bisschen gut, ey. Ich habe eine Playstation 4 halt, ne? Du kaufst ja eine Playstation 4. Irgendwann kaufe ich sie mehr. Ich hole mir die Wii U und die Playstation 4. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Und dann, let's playen wir alles. Dann müssen wir unser Game Capture Ding hier auch mal auslösen. Auf jeden Fall, ey. Das Problem ist, dass ich momentan echt kein Geld habe. Und das wird auch in Zukunft nicht anders sein. Ich muss unbedingt Mario Kart 8 spielen. Gibt es das für Wii U? Das gibt es für Wii U jetzt schon noch. Ist das ein Boss hier? Ich glaube, wir müssen ihm in die Augen schießen. Achtung, Raketen! Genau. Okay, einer macht die Raketen, einer macht den Boss. Kann man jetzt schon noch... Achso, wenn diese Augen da... Ja, dann mache ich die Raketen und du machst den Boss kaputt. Ich erinnere mich ein bisschen an Lighted Wars mit diesen Bluken, wo die immer rauskommen bei Mutterschippen. Oh, shit. Da gibt es ja auch Bosse oder so, die werden immer so... Ja, wo ist man hier? Schieß ihm auf die Füße! Auf die Füße? Keine Ahnung. Oder hinten auf den Tank rauf oder so? Oh, shit. Oh, die halten mehr aus. Ja, die halten mehr aus. Da brauche ich dich. Das arme Kamel stirbt bald, ey. Oh, shit. Jetzt wieder Teamwork hier? Wo ist die Rakete da? Alter! Hä? Hä? Das stimmt doch was nicht, oder? Wirklich, ey. Können wir noch einen Angriff... Ne. Wir haben nur den Schuss, ne? Ja. Tja. Echt strange, ey. Das habe ich nicht verstanden, ey. Liebe Viewer, wenn ihr das verstanden habt, dann erklärt es uns bitte. Aber wir haben ja voll viel raufgeballert auf die Dinger. Ja. Und wir haben auch nur den Schuss. Ich bin noch ein bisschen sauer jetzt, siehst du das? Weil das nicht funktioniert hat. Du bist traurig? Wollen wir das Kamel dafür schlagen? Das stimmt, Kamel. Das war schwarz. Ja, das ist schwarz, weil es so viel in die Fresse gekriegt hat. Okay. Jetzt auf einmal wieder, ey. Aber ja, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Hast du schon mal. Habe ich schon mal was? Ich stand da gerade. Das war drunter, konnte ich nicht mehr lesen. Das war zu schnell weg. Gobotron. Go. Ja, Go für Gobotron. Was ist das? Ja, irgendeine Maschine. Das ist doch eine Kamel-Action, oder nicht? Gobo, Gobi, Kamel, Wüste. Ah ja, Gobis Valley. Gobis Valley. Boah, ähm, Kazooie da. Das hier sieht sauspaßig aus. Das kann man drücken? Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Achso. Ah, mit dem rechten schießt du. Geil. Ah, achso, okay. Wir sind Katzen, glaube ich. Das sind Katzen, oder? Ja. Hier sind Extras, guck mal. Ich habe Extras eingesammelt. Was bringen die? Ach, da wird es schon. Guck mal, jetzt haben wir einen Doppellaser hier. Wie leidet wo es, ey? Ja, Mann. Sind die ewig, oder was? Jetzt habe ich ein Schild. Also, nee, die sind ja nicht ewig. Dann lass die aufbewahren, oder? Für eine gefährliche Situation. Das ist wahrscheinlich hier. Ja, und das da rechts. Mehr Move Speed, oder so? Was ist das hier? Mehr Move Speed, glaube ich, ja. Nein? Weiß ich nicht. Wer? Ich habe einen Doppelshot eingesammelt. Das tut mir leid. Es ist auch wenig Platz hier, ey. Alter Schwede. Oh, die halten mehr, oder? 30? Die schießen da auch. Ja, da die Heals, die haben drei Heals, ey. Das ist doch gut. Ist das nicht clever, wenn wir hier an der Ecke stehen und dann immer so reinschießen? Ja, okay. Aber von unten kommt auch einer hier, oder? Ja, ja, den schießen wir ab, wenn er rauskommt. Na gut. Okay, jetzt muss ich mich auch heilen gehen. Scheiße, das weiß ich nicht. Was denn? Hier unten? Ja, okay, dann nicht. Von mir aus, dann nicht. Ich fand die Idee gut. Du musst es ja nicht mögen. Nee. Er ist noch im Heal, nimm dir den mal. Wird man voll geheilt eigentlich? Ich weiss nicht. Alter, die gehen 100 Punkte? Das ist geil, ey. Die Katzen sehen verdammt witzig aus, irgendwie. Move-Speed-Upgrade! Du bist gestorben? Ja, obwohl ich ein Schild hatte. Voll in den reingelaufen, das war so stupide gerade. Ist gut. Findest du? Ja. Kommt, nur her! Kommt, nur dran! Oben ist wieder ein Doppellaser. Den hätte ich echt gerne, ey. Oh, ich darf den Rand nicht mehr berühren. Wächst es hierher. Get rekt! Doppellaser ist echt stark, ey. Okay, man, die echt verdammend schnell, ey. Da ist wieder einer. Wie viele Punkte brauchen wir, weißt du was? Weiß ich nicht, nö. Du bist schon ziemlich lange durch, ey. Ey, jetzt kommen die ja nur kurz. Das ist wieder der Anfang. Na schon, dass du es hast, aber... Weiß nicht, ich kann es ja weitermachen. Es hat restartet. Oder hat sich irgendwas geändert, ich weiß es nicht. Doch, die sind, glaube ich, schneller, ne? Ja, die sind schneller als vorher. Dann sterben die auch ganz schön schnell, ey, wenn man den hat. Ich baue nochmal einen Heal, glaube ich. Rechts. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das kann ich schon unterbrechen jetzt hier. Du kannst es nicht. Ja, es sind so viele. Jetzt bin ich tot, ey. Okay, 3.000, 6.000, wir haben 10.000. Das ist ganz okay, glaube ich. Neue Kostüme, ey. Neue Kostüme. Sieht cool aus. Das ist Sherlock Holmes Kostüm. Ja. Das kannst du gleich reinnehmen, wenn du möchtest. Neue Welt erst. Erst in der neuen Welt? Ich bin Astro. Dann bist du in der nächsten Welt Sherlock Holmes. Mann, das ist wirklich die geilste Welt, ey. So viele Minispiele und das ist... Die ganzen Roboter, ey, das macht voll Spaß. Ich glaube, der Boss hat auch was mit diesen Hamstern zu tun gehabt. Ich glaube, beim Boss wurden alle Roboter immer irgendwie vereint. Also nicht vereint, sondern man musste die nacheinander benutzen, um sie zu besiegen, glaube ich. Kann sein. Weil die Hamster waren auch dabei. Die Hamster sind auch dabei. Weil du wirst deine Hamster wiedersehen, keine Sorge.